Du musst halt einfach richtig drücken, wenn du hier lang laufst, oder? Ja, ja, lauf. Boah, der ballert schon wieder rum, der Blaze hier. Ich nehm mein neues Schwert, das wird cooler. Wieso leckt das gerade so bei mir so hart? Keine Ahnung, das Spiel leckt bei mir schon seit 100.000 Jahren, ey. Komisches Bug-Spiel, Mann. Ich bin tot. Wie, du bist tot? Ja, der hat ein Messer in meinen Kopf geschmissen, Alter. Der Dicke da? Rätzt mich. Oh, ich hab nichts zum Rätzen. Und jetzt ertrink ich. Ich ertrink. Wie du ertrinkst. Ich bin im Wasser gespawnt. Ich bin im Wasser gespawnt. Du bist im Wasser gespawnt, und zwar ganz tief. Komm ich raus? Äh, bei mir nicht, nein. Du bist unter der Welt oder so, keine Ahnung. Ja, du... Dieses Spiel ist mir so behindert. Dieses Spiel ist so behindert. Ja, Mann. Jetzt bin ich wieder draußen. Egal, komm, lass sie hochgehen jetzt. Radio-Active. 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 Aber dieses Schwert, gell? Braucht richtig viel Zeug. Was liegt denn hier? Oh, von hinten. Oh Gott, er hat keinen Kopf mehr, und er ist immer noch da. BAM! Da hast du aufgespießt. Der hängt bei mir in der Luft, jetzt ist er weg. BAM! Irgendwas läuft gerade bei dir nicht gut. Das ist, weil ich bei dir, diesmal bei dir gejoint bin, glaube ich. Ja, jetzt weißt du, wie es sich das anfühlt. Guck mal, hier ist ein Quest, Alter. Waffe? Ich brauche unsere Hilfe. Siehst du, jetzt läuft es bei mir flüssig. Jetzt... Ich hätte immer aufmachen sollen, und du jetzt immer drin sein sollen. Ja, also, jetzt geht's auch wieder bei mir. Es liegt hier rum. Ah, das ist mein Kram. Kein Meter. Hier liegt eine Aufzeichnung. Ja, oh, wieder gebappelt. Die nicht übersetzt wird. Bill. Er schlief bei der Feuer, als er attackiert wurde. Sie lebte wie eine alte Frau. Aber sie bewegt... Sie bewegt so schnell. Die halbe ihrer leften Arm war weg. Aha, aha. Der hier linke Arm war weg. Ja, genau. Man sieht die Knochen. Da ist, guck mal! Guck mal hier! Da ist bestimmt Waffen drin. Ich will Waffen haben. Renn einfach da runter, Alter. Alter! Oh mein Gott! Das sind Mini-Guns! Ha ha ha! Ich fand die Guns! Ach, die sollen wir finden, gell? Ja, das ist die Quest. Oh, da ist ein dicker! Komm her, du bist der Kerl! Du lässt die Hälfte hier liegen, gell? Ich hab ja auch grad wie so ein dicker eine Wasserleiche getötet mit zwei Schlägen. Das tun wir auf eines. Wer ein Messerschlag kriegen? Oh, da kommen ein paar Zombies, gell? Ja. Das ist ne Wasserleiche, kann das sein? Die babbelt immer noch bei mir, gell? Ja man, die redet richtig viel! Die soll kann mal aufhören zu babbeln! Komm her, Schlampe! Nimm auch ne Gatling an, mach mit! Natürlich nehm ich die mit! Oh, dauert das lange, die zu nehmen! Kann ich die jetzt rumballern? Glaube nicht! Schade! Das sieht so behindert aus, wie du damit läufst! Nur du! Das sieht irgendwie so aus, als würde das Ding nix wiegen! Deh, 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 deh! Jetzt bist du wieder zum Boot, oder was? Diese Quests, die wir da grad gemacht haben! Ja! Was sind das für ne Quests, die wir da grad gemacht haben? Weiß ich nicht! Weil da hinten ist noch was rot angezeichnet! 200 Meter! Ja, ganz viele! Ah ne, das ist das, wo wir die Gatling Guns dran machen müssen, wahrscheinlich! Oh, da liegt was! Kann ich nicht runtergucken! Hech! Dann bleib ich liegen! Ich hab gehört, du kannst jetzt aus dem Boot rausballern! Äh, nein! Oh, ja! Oh, ja! Das wär schön! Ja! Da, 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 da! Dann fahr mal zurück, ja! Da hinten ist auch Grünes! Da hinten ist was Grünes! Muss da was Grünes! Ah, fahr das Ding lieber weg, sonst verlieben wir das Boot noch! Ja! Da kommt gleich einer und der tötet dich dann! Kann ich da lang fahren? Ich glaub ja, gell? Muss ich nicht! Zombies! Bam! Da müssen wir auch hin, hier, oder? Ja! Müssen wir das hier abliefern? Ja! 27 Meter! 27 Meter! Oh yeah! Guck, sie ist doch da oben! Stimmt, ja! Toll, jetzt müssen wir erst mal den Zaun abbauen! Lass uns mal rein, hier, Schwuchtel! Boing! Geh mal rein! Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Wir haben Miniguns! Wo geht's denn hier noch? Nach oben? Hier, die Treppe! Verdammt! Ich bin falsch gelaufen! Wir müssen eine so bauen, dass einer nach vorne schießt und eine andere so, dass er nach hinten schießt, oder? Würde ich schon sagen, ja! Wir könnten nämlich jetzt noch hier die Position nehmen, und ich nehm die Position... Ja, ich nehm die hier! Jetzt muss unten der Zaun wieder dran! Neue Upgrades! Kann man irgendwo Quests abgeben, hier! So! Ausdauerkosten! Ne... Chance auf kritisch! 10%! Ja, ist auch cool! Fehlkeiten auftunen! Ich brauche irgendwie mehr... ...HP oder so ne Scheiße! Mehr HP! Komm hier! Der gibt uns ein starker Spalthammer! Ja! Hast du den schon genommen? Hab ich auch grad, ja! Hups! Falsche Taste! Komm! Roll auf! Danke! Wir stehen wirklich schon echt rum, diese Dinger, gell? Ja! Was macht denn das Ding hier, diese scharfe Spaltaxt? Wo sind die? Wo ist denn das hin? Ich hab's aufgenommen, so big! Und ist es weg! Und ist es weg! Er stand doch... Ach, starker Spalthammer! War das der? Ja, das war der! 297, das ist gar nicht mal so schlecht! Die fiese Sichel, die kann ich jetzt benutzen! Mit 845 Damage, alter! Ja, das ist nice! Was mach ich denn? Was ersetz ich denn dafür? Was mach ich denn? Die Machete? Die Machete? Nee! Flüssigfeuer war gut, die Waffe! Der Langdeutsch ist gut! Der Langdeutsch ist gut! Ich hab voll viel... Den mach ich weg! Was hast du? Voll viel Kram, wo ich hier hin muss! 145 Meter, 140 Meter, 300 Meter, ja! Ich hab ne fiese Sichel! Ja, nice! Elektro! Ja, man! Komm, wir müssen hier rein! Komm hier! Schlampe! Ich schlitze dich auf, du Schlampe! Was jetzt? Keine Ahnung! Ach, da drinnen! Guck mal! Da! Hier! Der soll den Motor anmachen! Jetzt geht's bestimmt gleich rund! Wollen wir wetten? Blaue Pistole kriegt man da! Eine blaue Pistole? Ja! Das hört ich knorke an! Oh mein Gott, das ist laut! Ja! Darum will ich auch direkt wieder weg! So, und jetzt kommen gleich die Zombies, gell? So, und jetzt kommen gleich die Zombies, gell? So, wetten die Minigun ist leiser! Als die Pumpe! Da liegt ne Leiche in der Ecke! Ich geh hin! Ich bin an der Minigun! Ja, ich bin vorne! Vorne kommt bestimmt hundertmal mehr, alter! Der Wasserspiegel! Boah, ist das laut, man! Ich glaub, für uns wird... Die Jungs hier, die uns gucken gerade hier, die verstehen kein Wort mehr! Da ist schon jemand da links! Von der ganz anderen Seite! Wir hätten vielleicht noch Minen draußen hinlegen können, ne? Äh, hätten wir machen können, ja! Das Ding hat voll wenig Munition! Was für ein Ding! Oh mein Gott, wir haben hier keinen Zaun! Mehr! Vorne! Oh mein Gott, dasció! Oh nein! Oh mein Gott! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Ich hab Rasserei! Jetzt geht's los, Alter! Mein Ding hat keine Munition mehr. Was für ein Ding? Ähm... Ja? Ich sehe Minigun. Bist schon alles am Wegballern nur, ja? Ja, die ganze Zeit. Ich schnitzel die alle mit meiner Sichel. Ja, Mann! Äh... Dead Island Critical Error, Alter. Wirklich? Ja, Runtime Error. Äh, was kann ich machen? Kann ich irgendwie pausieren? Ja, natürlich nicht. Komm ich da wieder rein, weil wir bist doch drinnen. Ja, wenn ich wenden könnte. Was wenden? Obwohl ich dieses Spiel hasse, gell? Obwohl. Oh mein Gott, die kommen, Lays. Und ich bin alleine. Ja, ich komme. Verbindung wurde getrennt. Lays the Badger. chaunter weeks. Jijiter Dadadadadada dadadadada dadada! Einlad, gehen wir über去mini. Warte, ich werde gar nicht angriffen. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Oh mein Gott, da sind so viele! Warte ich gehe gerade mal in Deckungen, ja? zu dieser Mega-Pumpe, die so kannst du reinkommen, ja? Ja. Diese Sichel ist so geil. Ey, das ist meine. Geh mal weg. Ich brauch doch die EP. Lace. Ich bin Looter. Du nimmst dir einfach meine Minigun. Ja, meine ist leer. Die nächste ist jetzt wieder voll. Nein, ist leer. Fick dich, Stotte! Geh weg, da! Ich bin so weg. Was machst du? Ich schieße auf das Fass. Hoffel. Bam, bam! Willst du schon wieder aufs Fass schießen, ja? Ne, ne. Da ist ne Wasser-Leiche. Ich hab keine Munition mehr! Muss man schnell reparieren gehen. Kann man doch, oder? Mittendrin, ja, kann man. Die fiese Sichel, man. Übertrieben. Können wir nicht so rum. Ja, nicht viel, aber es liegt was rum. Hm. Gott, das ist ein großer, guck mal, wie viele AP er schon verloren hat. Ja, er schießt in die ganze Zeit den Kopf. Ja, und ich schieb mir da der Sichel, guck, Kopf weg. Oh mein Gott, ist das Tau lauter. Ja, man, das geht so auf den Sack, gell. Wir müssen neue Stachel, äh, Taule dran machen. Boah, das ist so bucky, dieses ganze Spiel. Oh, von mir der gefällt. Von wo kommt die diesmal? Von überall, glaub ich. Überall. Von wirklich überall. Oh mein Gott. Wir haben keine Minigun mehr, oder? Oder? Minigun ist außen, Maus? Ja, ja, ich glaube, ist außen. Hat der liebe Blaze alleine mal weggeschossen? Nein, der eine ist noch voll. Meiner ist noch voll? Ja, ich glaube. Dann geh ich mal hoch. Und zwar so schnell wie möglich. Die sind hier überall, die Mistviecher. Die sind drinne. Oh Gott, ich muss jetzt... Kann doch nicht die Minigun benutzen. Komm her, du Wichser. Komm. Zack, zack. Zack. Bam. Eine volles Gesicht und jetzt wieder den Kopf ab. Ich hoffe, wie ich hier draußen rumrenne und die einfach alle platt mache. Ob die wollen oder nicht. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Bam. Zack. Boah, da ist ein durchgeknallter Irgendwas. Was bist du für ein Mist?